Sagt das? Die Wissenschaft. Die Wissenschaft, okay. Meine Wissenschaft sagt was anderes. Haben Sie Ihre eigene Wissenschaft? Ich habe nicht meine eigene Wissenschaft, aber ich habe einen gesunden Menschenverstand und ich habe ein Bauchgefühl. Hallo und willkommen zu einem neuen Video zu DPD. Diesmal ohne Alkohol, aber dafür mit einer Menge Kaffee. Richtig so. Und mit dabei ist, wie ihr jetzt schon ein, zweimal gehört habt, Logan. Jop, moin, hallo. Also ich muss sagen, ich finde die neue Oberfläche hier ganz angenehm. Ich habe seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Also seit einem knappen Jahr. Das letzte Mal habe ich das Spiel am 4. Oktober gestartet und wir haben heute den 19. September und wir haben auch wieder Oktober, wenn das Video hochgeladen wird. Ja, da wirst ich freuen auf die neuen Killer, ey. Oh, wir sind schnell im Lobby. Das ist mein Glück. Ich bin der Schweizer. Das ist meine Lobby. Mein Internet, also. Alles hat einen Sinn. Nein, nicht alles. Meine Existenz hat keinen. Glaub mir. Ist auch alles so drinnen. Oh. Also wir sind mal drinnen. Bist du drinnen? Ja, ne? Ja, ich bin drinnen. Na, perfekt. Meine Fresse, es ist lange her. Ja, die haben auch ganz viele Changes. Du bist der Verfluchte, glaube ich. Oh. Zwillinge. Ich höre Geräusche, die ich nicht kenne, die ich nicht toll finde. Ähm, mir jagst so ein kleines Vieh, ey. Ähm, muss ich auf etwas achten. Du sagst Zwillinge. Ich habe das Wort noch nie gehört. Naja, ich habe das Wort Zwillingern sicher schon gehört, aber nicht Zwillinge sollen. Und ich höre komische Schreie. Ich habe das Vieh zertreten. Mal keinen Killer töten. Also so ein Kleiner. Was? Ja. Oh, ich werde gejagt. Ich hatte gerade eben Herzschlag und Katze. Miau, miau. Ähm, der Killer geht weg von mir. Aber worauf musst du achten? Ich habe keine Ahnung. Ähm, da kriegst du ein kleines Vieh, du hast keinen Herzschlag und versuche das Ding auszweichen der Masse. Wenn, ich weiß, das hat sich komisch an, aber wenn er das macht, dann, dann macht er, dann vorbereitet er seinen komischen Sprungattacke. Wenn er das macht, versuche ich, rechts und links dich zu bewegen. Und wenn er das Ding dich nicht trifft, versuche ich, zu das Vieh hinzuren, also zu das kleine Vieh, und zertrete es. Okay. Du siehst dann, du siehst es dann schon. Ähm, da steht irgendwas mit Crush, da steht das linker Maustaste. Hilfe, Hilfe, Hilfe. What is love, love baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Logan, hilf mir. Ich bin der Sackgasse gelaufen. Wo bist du? Oh, ist er bei mir? Ah, das ist er bei mir. Ah, aber der Große ist gerade an mir vorbeigelaufen. Wenn ich es richtig habe, du bist Army oder Engländer, oder? Ja, ich bin Army. Oh, ich habe dich gerade an mir vorbeigelaufen sehen. Ja, ich habe erst das Vieh losgelassen. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ey, lass mich dich betouchen, bitte. Du wirst betoucht von mir jetzt. Ach, du Gott. Oh, ja. Ich glaube, sie durch ZF hat... Oh, einer ist down, ne? Ja, sie ist, ähm. Wir sind in der Nähe von einem Haken. Wir müssen wahrscheinlich zu den Haken da gehen. Ich gehe mal retten, oder willst du? Ich komme mal, ich beobachte dich mal unauffällig. Okay. Wird das in den Keller gebracht? Ja. Yay, ab in den Pornokeller. Oh, oh. Ich höre Geräusche. Äh? Oh. Ähm. Das kleine Vieh jagt... Ja, es jagt mich. Es hat mich ausgesucht. Warum steht der Killer da? Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ähm, ähm. Rennen. Ich bin am Rennen. Ich habe nicht vor, stehen zu bleiben. Ja, der Killer kämpft. Fuckin' möchte gern Gollum, ey. Möchte gern Gollum, ey. Fuckin' möchte gern Gollum. Gollum, will, äh, fucking, will ihr was von mir haben? Ja, ja, Campton. Aber wir haben nicht mal ein Genfer denn? Hey, 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 heil mich bitte. Betatsch mich. Danke. Danke fürs Betatschen. Das machst du sehr gut. Wir müssen, wir müssen... Deine Hände sind so weich. ...schau ich dich trotzdem mehr... Das ist nie passiert. Ich sollte einfach nicht reden. Sonst passiert sowas, wie die gerade eben. Das werde ich genau drinnen lassen. Einfach nur, damit es jeder gesehen hat. Einfach nur, damit ich sagen kann, es ist nicht passiert. Der wird da... Ja, das ist aber ziemlich ja... Du bist ja hässiger als den Gollum vom... ...den Film. Ich filme. Bist du ja? Nein, er ist gerade mir vorbeigelaufen. Genau so am Fenster... Vorbeigelaufen ist mir raus und Fenster raus. Der hat mich nicht gesehen. Ja, ich hab halt auch gerade eins. Meinst du, du bist ehrlich? Okay, pass auf. Der hat sich jetzt zu einem kleinen Minion geswitcht. Ich weiß. Weißt du, wer den kleinen Mini gefunden hat? Ja, ich sehe seine Alcon. Alter, fucking möchte ich einen Gollum. Ich hab keinen Ring. Geh zu Frodo oder sowas. Geh zu Hobbits. Verreckblöde Missgeburt, eh. Oh no. So, Jen ist herrlich. Er weiß genau, wo ich bin. Und er hat sich entschieden, mich zu suchen. Der wäre jetzt ganz genau, der kennt dich von früher, ja. Ja genau, du weißt ja. Er denkt sich so, mein Ring. Nein, schau. Nein, nein, nein. Wo bist du? Wo bist du? Nein. Scheiße. Nein, nein, lass mich. Nein. Ja. Ähm, bist du blöd? Da war gar kein fucking Haken, du fucking Hurtsohn. Nein, nein, ich will nicht in den Keller. Nein. Oh. Das ist sehr problematisch. La, la, la. Generator, la, la, la. Ich hab das Gefühl, alle werden mich haten, weil ich meine Kamera genau dort hab, wo ich meine Itemanzeige hab. Ah, Quatsch. So, David wird gejagt. Und das ist unangenehmerweise in meiner Umgebung. Oh mein Gott. Der Kiel ist mit mir im Raum. Der Kiel ist mit mir im Raum. Der Kiel ist mit mir im Raum. Was bedeutet der Schrei schon wieder? Ähm, der ist grad zu, der ist zu irgendjemand gesprungen. Ich weiß nicht wer, aber zu irgendjemand. Wie beruhigend. Ich, ich, ich protecte dich. Ja, sehr gut. Mal weiter. Alter. Oh. Ich geh'n den Kunden mal retten, falls er halt nicht gekämpft wird. Sorry. Kaum lässt von euch für fünf Sekunden ne Leine hängt, hängt schon wieder ein am Haken. Das geht ja mal gar nicht. Seid ihr etwa Fische? Hey, was macht er denn? Ist das böse? Oh, nein! Er hat mich gesehen! Und er verfolgt mich gerade! Lauki, hilf mir! Oh. Oh nein. Das ist sehr problematisch. Eieieieiei, ich muss versuchen den Typ da zu retten. Come on! Oh no. Nein, nein, nein. Komm, komm, komm! Nein! Letzter Sekunde! Nein! Hä? Was ist das gerade passiert? Jörn, er hat mich! Jörn! Ich bin am Arsch! Jörn, ich komm zu dir! Mir wird die ganze andere Ding in den Bauch gestochen. Das ist unpraktisch, ungemütlich, nicht angenehm für meine Rippen. Haben die die Struggle-Mechanik verändert? Ja. Ja? Das wäre doch gut gewesen gewesen! Ihr habt ganzer fucking Space gecrespammt! Nein! Jörn, renn! Ich renn ja schon! Renn! Der wird mich jetzt auch fehlen, aber ich weiß nicht, ob der mich campen wird oder nicht. Ich weiß es nicht. Du bist doch so ein Rohrmarsch. Du hast zwei Striche nicht. Alter, dieses Minion ist immer noch an diesem Ding verklebt. Er sieht, wo du bist! Er sieht, wo du bist! Er sieht, wo du bist! Was? Er sieht, wo ich bin! Warum sieht er, wo ich bin? Ich mach jede Aktion! Komm! 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 Nein! Oh, schade. Ich glaub ich bin gefickt. Ist er hinter dir her? Ich hab die ganze Zeit Herzschlag. Ich hab Entscheidungsschlag. Wenn du mich runterholst. Rett uns! Lauf! Lauf! Ich renne! Lauf, du Narr! Flieh, ihr Narren! Ich hab Entscheidungsschlag, Bitch! You're a! Crawl! Crawl! Crawl sie Luke! Geh irgendwo gucken! Ich bin von unterwegs. Gut, aber was glaubst du ziemlich eindeutig gut bin. Ich fand ich, wie er weiß, wo du bist, ey! Glaub ich! Guck mal, da ist er! Guck mal, da ist er! Ich möchte kein Golem! Hi! Hi, Bro! 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 Ich bin schon tot! Ich bin schon tot! Du musst... Du... Stopp! Ich bin schon tot! Nachdem du meinen Hals einmal aufgeschlitzt hast! Wow! Momentum, Mori! Wow! Wow! Ich würde ihn, möchte gern Pro nennen! Ich bin schon tot! Das wäre, was für mich passiert! Und ich bin ganz gut gelbe! Ich bin ganz gut im Bild! Die ist out. Alter, schnell. Schnellste Moderation im Wilden Westen.